Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein leckeres Dessert für euch, was auch recht schnell gemacht ist. Und weil es so aussieht wie ein Spaghetti-Eis ein bisschen, habe ich es falsches Spaghetti-Eis genannt. Hier sind die Zutaten, die Erdbeeren könnt ihr natürlich auch durch TK-Erdbeeren ersetzen. Als erstes schlagt ihr einmal die Sahne steif. Und jetzt kommen alle anderen Zutaten in eine Schüssel und werden schön untergerührt. Jetzt wird noch die geschlagene Sahne unter die Masse gehoben und dann ist die Creme auch schon fertig. Die Masse kam bei mir jetzt in einen Spritzbeutel. Ihr könnt die natürlich auch, wenn ihr keinen da habt, das mit Löffeln in die Gläser füllen. Mit dem Spritzbeutel ist halt der Vorteil, dass man nicht so kleckert. Und das habe ich mir einmal auf fünf Gläser aufgeteilt. Meine Gläser hatten ein Maß von 250 Milliliter. Wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr halt andere nehmen und dafür weniger oder mehr. Je nachdem wie groß eure Gläser sind. Und die Erdbeeren, die werden jetzt einmal püriert. Wem die Erdbeeren zu sauer sind, der kann gerne, so wie ich jetzt hier, ich habe noch zwei Teelöffel Puderzucker hinzugefügt, das nur mal untergerührt, weil es mir einfach zu sauer war. Und die Erdbeeren, die werden jetzt ebenfalls auf den Gläsern verteilt. Zu guter Letzt kommen noch, wie beim Spaghetti Eis auch, die weiße geraspte Schokolade oben drüber. Und dann kam bei mir noch eine Erdbeere oben drauf und dann war das Dessert auch schon fertig. Also das müsst ihr auch nicht mehr kühlen, das könnt ihr direkt genießen. Ihr könnt es aber auch einen Tag vorher vorbereiten und in den Kühlschrank stellen, das geht natürlich auch. Ja, probiert es auf jeden Fall mal aus. Also die oberste Schicht durch die Erdbeeren und die weiße geraspete Schokolade hat das total nach Erdbeereis geschmeckt. Und die Creme, natürlich, die schmeckt nicht wie Erdbeereis, aber nichtsdestotrotz ist die auch super lecker. Gerade jetzt in den heißen Sommertagen finde ich das eine super Erfrischung. Also probiert es gerne mal aus, lasst mir Feedback da und dann hoffe ich euch hat es gefallen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Tschüss.